Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part von Let's Play. Jack's Pitchett. So, ich mach auf die Tavernung. Wo war die Vierte? Aha, ganz knapp gewonnen. Das war knapp. 1,60. So. 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 schulden not being und und mit ihm die nicht in der Klin Amor Schäfung die und gut Koppel Koppel dürfen der Linken Köln Mops 2 ja locker achten uns und ich bin auf die Runde und auch nicht ich schlitz auch k sch spiel com com muss was ist denn hier und auch und und so St in der Welt noch ein Punkt so wichtig noch ein Prozent ausdruckt das gibt es gut zu tun zum Schluss und nicht machen haben wird sie ausdauern gut zu tun die 5 sportpilzen die 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 auch auswischen die Künstler und schickte die m m zu spüren Dien für den Zornstaub 2.40 nicht durch so die was gibt es hier zu tun und drückt den Fuß Fisch noch viel mehr auch so das Glück wird nicht kommen hoch Kursen zu stehen und nicht nur noch brauche stehen die Hohen die Kurschen und das Kumpel U-O-Achtung und zu tun in die Pflicht nicht die 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 die